hallo leute und herzlich willkommen zurück zum weiteren shop video hier auf meinem kanal wenn ich diese videos gefallen haben dann gerne ein abon like da und in zukunft werden jetzt auch öfter fortnite esports gecastet also jeden samstag und sonntag wahrscheinlich in den nächsten sieben wochen noch für die fortnite weltmeisterschaft wenn ihr das auch nicht verpassen wollt dann lasst du noch mal ein extra abo da und aktiviert natürlich auch die glocke damit die streams dann nicht verpasst wäre auf jeden fall sehr sehr nice und ich würde sagen wir zwischen rüber in item shop und gucken was dort halt alles drin ist okay wir haben einmal vier lackierung in einem paket und sonst würde ich mal sagen wir können mich auf der linken seite dort haben wir den bestikor skin und der hat ja insgesamt vier auswählbare stile als man kommt für 1000 500 feedbacks immer vier verschiedene stile ja wirklich ziemlich verschieden aussehen eben halt nur so der grundkörper ist der gleiche erwähnt mit so die ganze anmalung ist unterschiedlich ist auf jeden fall ganz nice skin natürlich die backpacks sind auch noch verschieden mit einer farbe und dann gibt es dazu passend diese sehr fleischer spitzhacke ja auch vier verschiedene stile hat diesmal aber deutlich verschiedenere stile auch für 1200 wie box eine epische spitzhacke lohnt sich auf jeden fall die sehen auch eigentlich ganz cool aus teilweise die spitzhacke haben sich auf jeden fall gut kaufen haben wir den benzingleiter der ja auch verschiedene stile hat allerdings auch wieder nur mit den verschiedenen farben aufklappe effekt ist eigentlich ganz cool hinten auch noch diesen dran kann sich auf jeden fall sehen lassen dann haben wir die bestikor lackierung als bestikor lackierungspaket und hier haben wir im prinzip die passenden lackierungen zu jedem skin die noch eigentlich ganz cool aus und sind vor allen dingen alle sehr sehr verschieden da alle so mit diesem punktemuster aber jemand der ganz verschiedenen farben kann man sich lohnt sich auf jeden fall 600 wie box werden ja normalerweise eine blaue lackierung in eine blaue kostet glaube ich 500 über das ist ein bisschen teurer als eine blaue lackierung aber man bekommt eben halt sozusagen zwei lackierungen gratis dann haben wir dunkle vorhut finde ich einen ganz coolen skin die leuchte effekte hier diese neon ringer sehen eigentlich echt ganz cool aus auch beim backpack ist das kind wirklich sehr sehr nice kostet allerdings auch 2000 wie box aber dazu dass der weltraum landegerät ist auch ein cooler gleiter und die gleiche version sozusagen noch mal weiß wobei ich die schwarze ein bisschen liebe mag das sind cooler aus ist auch ein season 3 skin also schon sehr sehr alt und dann war abstrakt er war auch schon sehr sehr lange glaube ich nicht mehr im stopp und sieht auf jeden fall ganz cool aus season 4 skin 1500 wie box gehen dafür klar ist jetzt allerdings nicht so speziell ist aber geschmeidige moves finde ich einen coolen beat und in bewegung sehen auch cool aus und sich auf jeden fall haben wir die kuppelhacke aus dem cobra crew set sieht auf jeden fall cool aus 800 wie box gehen dafür auch vollkommen klar aber den wolken schlag gleiter ein eigentlich sehr cooler gleiter vom design oben sieht das sehr sehr cool aus mit dem blitzen allerdings kostet denn natürlich auch 1200 wie box ein epischer gleiter in der standardversion ist er doch ein bisschen zu teuer aber schnorchelops cooler skin wie ich finde er mir ist einfach drunter und mit einer schnorchelbrille auf lohnt sich auf jeden fall und sieht auch cool aus knochenlos ganz witzig 500 wie box gehen für alle auch vollkommen klar dann einmal rüber in den rette die welt modus dort gucken wir mal was dafür items im shops sind liegen der ist toll schatzlammer mal wieder ja die sachen drin lohnt sich jetzt nicht wirklich das normales upgrade lama zumindest wenn es gold wird deutlich besser lohnt sich meiner meinung nach nicht wirklich hier hat sich nichts geändert immer noch die gleichen hellen und skizzen ja und ich hoffe ihr schalt dann beim nächsten video wieder ein und bis dahin ciao